Ab heute dürfen türkische Wahlberechtigte in Deutschland ihre Stimme für die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei abgeben. Bis zum 24. Mai sind die 1,5 Millionen Menschen hierzulande dazu aufgerufen, sich an den Urnen zwischen dem amtierenden Präsidenten Erdogan und seinem Herausforderer Kilic Darulu von der CHP zu entscheiden. Erdogan gilt vor der zweiten Runde im Inland wie im Ausland als Favorit, nachdem er die absolute Mehrheit in der ersten Runde nur knapp verpasst hat. Untertitelung des ZDF, 2020